oh nein scheiße und drei spinnen ist gut ist gut ihr habt keine feile mehr drag kommt zurück zurück ich gebe dir feuerschutz vom boot aus spinne das geben ausprobieren wir das sieht geil aus da brauchen wir noch ein schloss drauf dran oder markiert schreibt hier mal bitte stellt die koordinaten auf bei da drauf so ein schloss bauen das machen wir nämlich auch noch richtig weil es richtig geil aussieht da oben drauf so ein richtig geiles schloss hast du sie aufgeschrieben wird doch wenn einmal die welt generiert ist er verändert sie sich niemals mehr oder als er auch du benutzt t oder baust was ab aber okay aber sie generiert sich nämlich nicht noch mal neu wir sind über 1400 blödel gereist schon okay dann kommt dann geht's da lang super du hast jetzt kein boot mehr da ist das ein spinnen drach er lassen creeper aber das sieht einfach nur wir können so zwei schlösser weil dahinter ist nochmals so ein berg zwei schlösser somit zu einer brücke sie sich so mit einer brücke verbindet und einen anderen also wir haben schon wir haben es schon so viele projekte also warum hatte ich dir nicht eine crafting table eigentlich eingepackt drachen vielleicht du aber ich nicht okay also kommen weiter wir reißen diesmal jetzt außen rum und da haben wir sind so vorbei näher an der küste entlang oh nein nein boot nein da habe ich blöder weiße shift gedrückt zum rennen zum rennen oh scheiße der war zu kurz ich weiter sonst fahren wir meinen fluss entlang nein du kannst dir das alles wüste enderman bloß nicht obwohl du kannst ihn eigentlich anschauen wo ist der enderman nirgends fahrer fahren wir grad hier einen fluss entlang oder nein da fahren wir sonst in der insel und im festland willst man das festland sagen nennen nennen ja was wie sonst größere insel nennen das sind nennen werden ja theoretisch alles inseln sie würde zu unserem gebiet insel sagen oder und ist gleich nennen ja wie wir jetzt ich gehe jetzt nicht auf tauch expedition das haben wir jetzt so kein glück das schon wieder nach hat sie also wie das steppe ob fast 2000 blöcke wieder wüste herzhaft dann waren wir dann lass uns mal nach links fahren also nicht mehr gerade außer nach links dagegen sonnen dann müsste das doch eigentlich westen aus näher osten sein das sieht jetzt schon weniger aus der wüste es sieht eher nach grasland aus warum wir fahren gerade in einer normalen und das sieht aus wie wüste ach du hast nur rüstungen gezogen ich bleibe meinem motto treu und fahre ohne ja jetzt wo es wie der taggesicht ja auch wieder aus nur die boots abgenommen eigentlich boots hätte ich mir aufmachen müssen die idee f5 fahrt oder was f5 war doch ja wechseln wir fahren schon wieder auf den offenen das offene meer aus und hier drunter sonne unter wasser welt zu machen sagt mir jetzt nicht dass es schon wieder wüste ok es ist keine wüste dran siehst du auch was ich sehe ja was sind das denn das blöcke oder was das ist einfach nur luft unter wasser kommt wenn wir jetzt eigentlich wenn wir noch eine sache haben also wenn wir was fehlt uns jetzt nur noch was wir nicht haben ist doch also dunkles holz und halt ich gehe mal ein paar blumen pflücken oh ja langsam ran fahren und dann drei meter vor fünf blöcke vor dem strand da bricht das boot und auf einmal sieht so aus als der heimann da geht direkt gehen den strand an gefahren ab f5 hat er fehlt grad irgendwie so ein golden back of holing wir spielen ja hier ohne mods vielleicht nur kommt es noch mit mod aber so ein paar reise tools rucksack beiden rucksack 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 vom rucksack ja das ist finde ich dann auch immer so lustig wenn du dann tausend rucksäcke ineinander packen kannst so mir geht es irgendwie der platz aus hast du eigentlich kartoffeln noch so soll man die schnell braten wofür zum essen hast du kein essen mehr doch ich habe eigentlich noch genügend ich dachte eigentlich persönlich wir müssten wesentlich mehr essen ich habe noch meine 52 brot brauchst du noch mal moment steckt das denn das deck doch dann gibt mir den kraft den table so hast du noch normales holz auch gut dann hier kannst du neue schiff bauen ob ich doch okay dann kann man los wieder los so dschungel und dschungel und anderes holz dschungel und ich sag mal da noch mal an land gehen ja gehen wir da noch mal an land oder haben wir die kühe haben uns als einziger gefehlt auch bei uns scheiße so und 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 Vielen Dank.